Das macht schon echt extrem Spaß. Also singen ist eine ganz besondere Sache. Wenn man sich unterhält, dann redet einer, der andere hört zu. Und singen, das kann man gemeinsam. Kommt vorbei, WDR 4 singt mit, Gildo singt mit uns zusammen. Die Lösung all eurer Probleme sollte es eigentlich auf Kreisgeschein geben. Es ist jedes Mal wieder ein ganz neues Abenteuer. Musik